Hallo. Das war Synchron. Ja, wir werden immer besser. Ja, nur drei Mal dann wird's perfekt. Ja, ich wäre eigentlich dafür, dass wir das jetzt schon mal schaffen. Zumindest auch mit dem spielen. Und, und, ja, was wie wir dann anmoderieren können wir mal gucken. Ja. Das ist Profimäßig, weil wir haben das ja geschafft. Ich mache jetzt hier schon mal, ich bin bereit, weil viel zu sagen gibt es ja eigentlich nicht. Steht ja alles da. Heifisch. Heifisch bis Küste. Letztes Mal lag es ja nur an der Map. Ja, deswegen nehmen wir jetzt eine andere Map. Wir sind schlauer als letztes Mal. Zombies sind schlauer als Pflanzen. Steht das bei dir? Naja, jeder zehnte Zombie ist der Meinung. Ich werde hier von Gagantula gewarnt. Hier stehen die Erbsenkanonen. So, wo ist Geri? Feuererbse. Wolltest du jetzt nicht die andere nehmen, Archie? Na, ich glaube, das ist nicht so gut. Die Gifterbse ist hier besser. Okay, ich glaube, ich bleibe bei der Feuerblume. Der war ich eigentlich ganz happy. Ein bisschen tanzen. Ich mache hier bloß mal noch so ein paar Sternenüberspringer, wo wir schon mal auf Level 8 sind. So. So, gibt es hier einen Bonusgarten? Nee, auch nicht, gell? Schauen wir uns mal einfach mal von links nach rechts um. So. Ich folge Geri. Ich folge der Sonnenblume. Okay, ich wollte gerade sagen, wo rennt Geri denn hin? Immer der Sonne nach. Oh. Oh. Süß. Schleimer. Ja, was erwartet ihr von der Gifterbse? Oh Gott. So, also was sagt ihr hier zu dem Garten? Dann kann man da oben drauf auf den, äh, diesen, äh, diesen Hügel da. Ah ja, da hinten, ne? Ja. Das ist du nicht, wahrscheinlich, aber die Erbsen. Aber das ist gut, ist von hinten kann nichts kommen, ne? Wir haben ja eigentlich bloß vorne. Ja. Oder? Ja, so wie es aussieht ja nur vorne, ne? Seitlich halt, ja nur vorne, ne? Also gefällt mir jetzt schon ganz gut. Ja. Von vorne haben wir dafür aus drei Richtungen, aber es ist, äh... Aber ich denke mal, es lässt sich bestimmt verteidigen. Die Frage ist bloß, ob man auch abholen kann. Wenn denn hier wieder so ein... Dieser Hexe... Ne, was ist denn Vampirkönig da hier und so? Ach, der kommt diesmal nicht. Genau. Wir vertrauen auf unser Glück. So, was haben wir denn? Wir kriegen diesmal nur Münzen. So. Ja, nur Münzen. Das geht dann zehn Stunden so. Wir kriegen alles nur Münzen, müssen gar nichts verteidigen. Ja. Okay. Das ist wegen der Geburtstagsaktion von, ne? Komm, anstatt Zombies Münzen. Oh, schön wär das. Ein Traum. Also, nee, der sagt mir nicht so zu. Das ist das neue Münzen-DLC. Also mit dem bin ich auch nicht so glücklich. Nee. Quali? Auch nicht? Nee. Ja, eben war besser. Okay, jetzt sind wir schon mal... Schon mal ein dreimal Nein. Kommt also nicht weiter. Kein Readball. So, und der erste, der war viel näher bei unserem Startpunkt als der andere. Also ich bin mal gekonnt, in die falsche Richtung gelaufen, ne? So, wenn jetzt hier schön ist. Okay. Das ist jetzt... Na ja, ja. Ja, da können wir von hinten von der Seite eine... Nicht so viel anders wie bei einem anderen. Ich glaube, der andere war schon geschützt, ne? Der andere hatte diese Hügel da, ne? Und hier können sie, glaube ich, 1, 2, 3, na ja. Na ja, auch bloß drei Seiten. Also ich bin für 1. Ja. Ja. Der Erste. So, dann huscht mal hin, ihr könnt ja schon pflanzen. Ihr seid ja schneller als ich. Irgendwie nicht. Ich gebe mir auch ganz viel Mühe, hier gut hinterher zu rennen. Hey. Ich wollte dir bloß zeigen, wo es lang geht. Ja, ja, ja. Du willst mich abschießen, hm? Friendly Fire und so. Das wäre hier noch... Jetzt mal ohne Scheiß, das wäre ja wirklich, wirklich schlimm. Wenn es jetzt hier bei dem Modus noch Friendly Fire gäbe. Aber generell. Aber das wäre genau das Richtige für den verrückten Modus. Das ist richtig, ja. Ha! 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 Ich habe ihn gepflanzt. So. Ja, und jetzt... Hinten eine Heilboome rein, oder was? Ich glaube, für die erste Runde brauchen wir das nicht, würde ich mal sagen. Naja, stimmt. Boah, ich habe 37 Unheilspilze. Oh, nie. So viel habe ich nicht. Haben wir da jetzt mehr bekommen durch diese Aktion, oder kriege ich? Ich dachte, man kriegt da immer nur einen. Also bei mir wurde auch immer nur einen angezeigt. Nee, man kriegt es unterschiedlich viel. Ich habe jetzt noch eifrig Pax gekauft. Gibt es hier noch... Ah, ich habe hier schon gut gepflanzt. Ist noch irgendwo ein Seiertopf, ne? Das war's. Oh, das geht los. Wie kommt man denn jetzt hier hoch? So. Du verschanzt dich gleich da oben. Oh. So. Da kommen sie schon. Aha. Erstschlag. Erstmal, wenn du konnt daneben schießen. Ich meine, beim ersten kann man ja noch ein bisschen rausrennen. Im zweiten wird es dann schon schwieriger. Ist ja egal, die nebeln mich hier oben ein. Das ist ja ganz schön fies. Das ist gefährlich da oben, ne? Das ist halt ein leichtes Ziel. Ah ja, hier sind die aber auch schnell. Meine Güte. Ja, schon, schon. Sind schneller als die, die man selber im Spiel pflanzt, ne? Ja, leider. Ums. Ja, hier muss man aufholen. Kill mal was. Ups, ober. Perfekte Wette. Das Gute ist, dass der Fußsoldat und so jetzt eben nicht nach vorne wollte, weil der mir die ganze Zeit versucht hat, mich abzuschießen. Kannst du irgendwo in der Nähe stehen, dass ich dich nach oben heilen kann? Das weiß ich nicht. Mal an den Rand. Ne, ne, du bist zu weit weg. Geht nicht. Schade. Vorne ist ein Pflanzentopf übrigens kaputt. Ah, ja, warte. Bin schon dran. Ah, ah, aua. Da oben kümmert dich halt leider nicht wiederbeleben. Äh, doch, Artie kann nicht wiederbeleben, stimmt. Also ich kann dich nicht wiederbeleben. Ich zieh heute aber hoch. Jetzt stehen sie auf den Dächern, das ist ja fies. Oh, oh. Da hat er erst am Garten geknappert. Jetzt steht er rupf. Äh, Korla? Korli? Ja, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin auch da. Ich seh nur, dass du, dass du da, da so ein bisschen halb am Verrecken bist gerade. Ja, ich muss so ein bisschen aufpassen, aber... Vielleicht kommst du doch mal am Ende der Runde runter, einmal zum Heilen und dann wieder hoch oder so. Ja, aber ich habe jetzt versucht, hier die ganzen Typen von den Dächern runter zu schießen. Ah, okay. Da sitzt sie schon wieder. Ja, jetzt. Oh, jetzt, jetzt muss ich gucken, dass ich da hochkomme irgendwie. Wo komm ich denn da hoch? Da an der Seite. Bin leider, halte durch. Ja, ja. Was schaffst du, die schieben wir auf dem Dach auf. Hm, noch sehe ich hier auf dem Dach. Eben waren da noch welche. Jetzt nicht mehr. Die Unheilspilze wachsen aber auch wieder nach, gell? Nee, die wachsen alle nicht nach. Na, ich meine, wenn sie nachdem sie geschossen haben. Ja, aber die brauchen relativ lange, bis sie, ähm... Alle pflanzen ganz, ja, ne? Hier eine habe ich jetzt gerade ersetzt. Wir können uns ja abwechseln, Arti, pro Welle einer, was einer oben, einer unten ist. Na, dann gehe ich mal hoch. Bist du geheilt? Ja. Ist auch vollständig. Geht jetzt auch schon los, ja. Du bist das mal ja du. Hä, 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 hä. Entschuldigung. Solange mir nicht wehtun, darfst du so oft auf mich schießen, wie du möchtest. Ach, das ist auch noch mal einer. Wo kommen sie denn hier? Moin, zack. Es ist erstaunlich ruhig irgendwie hier, ne? Immer noch keinen Schaden am Garten. Da war aber jemand. Letztes Mal. Ich dachte, der hätte dran geknappert. Hat er auch. Ah, gut, vielleicht diese Runde. Ach nein, das ist, glaube ich, so ein Bonusziel, ne? Dass wir diese Runde keinen Schaden am Garten nehmen. Na, sag mal. Wieso pack ich den jetzt hier fest? Perfekte Welle und Bonusziel. Oh, sehr schön. So, willst du wieder hoch, Koali? Jo. Du brauchst aber bestimmt noch Heilung, ne? Nö, nö. Mir ist nichts passiert. Komm, da fiegt ein Pflänzchen. Man guckt immer auf die Welle an, ne, wer da so kommt. Ob die nach oben schießen können oder ob die auf den Dächern hocken oder so. Eine Welle an Ingenieuren zum Beispiel, ist da wahrscheinlich weniger oben, ne? Brenne, Zombie, Brenne. Ah, da sind jetzt schon wieder hier Fußsoldaten, die Dreckssicke. Und die nebeln mich hier schon wieder ein. Du hast immer die Pechwellen oben, ne? Jetzt kommst du aber ordentlich hier. Naja, so langsam ist ja auch die vierte Welle, ich ne? Müssen wir jetzt auch langsamer zulegen. Komm jetzt von links. Mit Ingenieuren. Ah, toll. Wird es nicht aussprechen dürfen, ne? Und Fußsoldaten auch dabei. Oh, ne, ich bin totes. Hilfe. Arti, schaffst du's? Ja, ich denke mal, noch geht's. Da kommt den Genüfe. Äh, und als P2. Okay, ist ja der Punkt. Wir sind jetzt heute auch ein bisschen besser ausgerüstet. Oh, jetzt nicht nachladen. Welle abgeschlossen. Jetzt kommt die böse Welle, oder? Du wolltest jetzt wieder tauschen? Ich komme wieder runter. Zur Heilung. Alle Topfpflanzen noch heilen? Ne, ich pflanze schon wieder neu, gerade. Was kommt, was erwartet wir uns? Ja, Geld. Geld. Mütze. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Das ist gut, das ist sehr gut sogar. Leider bringt es nix. Ja, weil da kommt nämlich, ich werde mich grad weiter gelost. Was ist denn der Diamant? Ja, der bringt noch mehr als die Säcke, glaube ich. Oh, das geht aber auch, oder? Ja, zwei Grabsteine und Diskustür geht eigentlich, ja. Kein Vampir, hast du gut gemacht. Den Egen Grab stellen halt genau vor der Nase. Na super, dann kannst du ihn ja wegmachen. Na, mach'n platt. Wo schießt's denn da so auf mich? Von hinten. Da ist ein Allstar. Oh. Oh, shit. Obt ihr klar? Oder soll ich runterkommen? Koali? Momentan läuft ein bisschen. Ah, ah! Ich liegt direkt am Garten. Geht's? Komm her. Ich bin tot. Schnell, danke. Jetzt bin ich tot. Du liegst wahrscheinlich ganz in der Nähe von mir. Ja, direkt unter dir. Ja, ja. Ab dich. Das Diskustür. Oh, mich hat das gerade schon wieder umgehauen. Ja, mich auch. Okay, wir brauchen Hilfe. Schaffst du das, Artie? Nein. Oder müssen wir uns wieder beleben? Okay, warte, ich belebe mich wieder. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, oh. Dazu kommt jetzt auch ein Massen an das Diskustür, oder was? Zwei Stück waren da eben, ne? Oh, nein. Warte. Am Strand. Oh, im... Beide Erbsen tot. Okay, hab dich. Oh, shit. Äh, mach den Koali zuerst. Ich bin aber grad bei dir. Okay, das macht Sinn. Scheiße. Okay, Koali, du müsstest dich selbst wieder beleben. Schon passiert, schon passiert. Hab ich jetzt auch noch gemacht, zusätzlich. Bin auch schon wieder tot. Ich komm. Ich komm, ich komm. Oh, jetzt schießt sie mir noch in den Rücken, hier. Boah, fuck. Jetzt ist es aber ordentlich hier. Wer hat sich vorhin beschwert von euch? Bosswelle abgeschlossen. Sehr schön. ...nur zwei Wiederbelebungen gebraucht. Aber pro...pro... ...leider pro zwei Personen, das ist jetzt schlecht. Ja, ich hab nur noch eine. Das ist echt nicht so gut. Aber wenn nur die Bosswellen so hart sind, dann geht's dann halbwegs, ne? Da hinten ist noch ein Topf nicht besetzt. Ja, bis jetzt mal alle Töpfe auf jeden Fall. Ich heil die, die da sind. Ich komm mal wieder nach oben. Mhm. Da kommen Wissenschaftler. Wissenschaftler sind von oben wahrscheinlich nicht so verkehrt, ne? So, Arti hat sich hier eingespielt, seh ich. Was? Na, der rockt ihn bereits. Gut langsam. Nimm mich mal an die Leine. Ach, nicht hier diese Rolle. Der macht unseren Pilz kaputt. Nein. Warum, warum tut der so was Gemeines? Brennt, brennt ihr. Ich weiß nicht, ob es was bringt, weil die Stürmer schützt. Oh, shit, ich bin tot. Schaffst du es? Ich werde hier gerade ein bisschen ein... Oh, mal gucken. Was jetzt geht's noch? Ich gehe mal nach hinten. Du belebst mich gerade nicht... Doch, belebst mich doch wieder. Zwar so aus, als ob du mich nicht wiederbeleben würdest. Die Bambuswürmer hat uns gerade so die Allerwerdesten gerettet. Super. Ist sie da, oder? Ich komm mal wieder runter. Du brauchst auch mal Heilung. Ich wurde wiederbelebt. Durch dich? Ne. Ach, weil die Welle zu Ende war. Ah, okay. Ist gerade rechtzeitig hops gegangen. Gut dann, so muss das sein. Ich gehe ich mal hoch. Spitz halt auch, nee. Haben wir alles, alle Pflanzen regeneriert? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Kommt da rund was an hier. Warte, dich hätten wir ihn vielleicht nochmal. Na ja, passt schon. Noch geht's. Oh, es kommt doch jetzt rund um dann jemand hier. Wikinger Allstars, oder was? Ja, die machen die ganze Zeit diese Tech-Anspüche. Oh, das ist ja. Ja, aber sowas von... Ich mach hier mal weiß aus und so. Ja, zurück zum Garten. Verlebt das muss ich aber selber heilen, ne? Ja, ich weiß, ich hab auch keine Blume gerade. Sollten wir vielleicht doch langsam mal eine Pflanze nennen. Lass die Läser-Biene in Ruhe. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Nein, 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 nein. Ich bin rot. Und ich versuche zu dir hinzukommen, aber das ist gar nicht so einfach. Oh. Warte, ich komme. Ich hab nur noch drei Sekunden, gell? Ah, danke. Du hast nur ein Glück. Welle abgeschlossen. Ah, schon wieder, ja. Oh, prima. Puh. Vielleicht jetzt doch hinten, irgendwo mal hinten an einer, aber... Ja, irgendwo, wo wir nix anderes brauchen. Ach, hier, nix schützen meine kleinen Garten. Naja, wir können's ja zumindest mal probieren. Der eine ist ja direkt um die Ecke. Und sogar sogar ganz viele direkt um die Ecke. Die halten aber auch aus, sie sind blöd, was das ist. Solang sie den kleinen angreifen, greifen sie. Das ist gleich allgemein fehlgeschlagen. Das ist ja super. Hm, doof. Ja, dann kannst du uns ja in der Tat egal sein. Jetzt kommen aber die Fasz-Zonder-Scheiße. Ich liebe diesen Pilz. Die Unheilspilz? Hm. Hat den Fetz. Haben wir jetzt beide die Bohne daneben geworfen? Nee. Mensch, ho ab, du. Boah, diese Scheiß-Fasz-Zonder-Scheiße. Dass sie alle so viel aushalten, das ist ganz furchtbar. Sag. Viel auf die Augen. Ja, der versteckt seine Augen an unserem Garten. Na, jetzt ist aber mal gut hier. Ich schieße mir zu dritt auf den einen ein und es dauert trotzdem noch ewig. Ist ja unglaublich. Welle abgeschlossen? Ja. Lebt die Heilpflanze hinten noch? Ja. Sehr gut. Oh, Welle 9 schon. Ja, das ist ganz in Ordnung. Wir haben noch keine Gruppenwiederbelebung gebraucht. Oh, ich hätte es nicht aussprechen dürfen. Beschreißlich, beschreißlich. Ja, ja, das ist nicht mehr... Nachdem ich es gesagt habe, fiel es mir auf. Wo? Hey, hier ist noch ein Tropf, den habe ich noch gar nicht gesehen. Oh. Stab. Wo bist du? Äh, außen. Ziemlich weit außen. Ach, du Schande. Rechts oder links? Äh, rechts. Ich bin auf dem Weg. Ui, ich bin sogar hingetacklet worden. Ja, pass auf. Da gibt es an. Wir laufen die ganze Zeit Allstars vorbei. Und Fässer. Hab ich's? Nein! Nein! Warte, ich, ich, ich belieb mich. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe... Ich wollte es noch klicken, aber... Jetzt musst du das ohne mich schaffen. Äh... Die Welle werden wir schon, denke ich mal, noch schaffen. Ja, es ist ja keine Bosswelle. Ja, hier kommen echt die ganze Zeit diese Ekelfritzen. Boah, ich bin hier... Komm, Bohneregel. Ganz unten. Ich habe nur noch zwei Leben. Soll ich... Ich trinke dann mal genüsslichen Tee und schaue euch beim... Nein! ...dich gewinnen zu. Was macht ihr denn? Nein! Soll ich mich nochmal selbst wiederbeleben? Ja, aber... Ja, probier's. Mach mal. Probier's, die Welle ist ja fast... Ist ja fast weg. Ich hatte auch... Durch die Bohne müssten ja auch relativ viel gestorben sein. Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr. Och, mein. Oh, ist das spannend. Auch wenn schade ist, dass es nicht helfen kann, aber... Ihr schafft das schon. Guck mal, das sind gar nicht mehr so viele. Genau. Als die Jalapenos drauf. Ach... Verdammt, das war fast so ein bisschen. Ach, shit. Schaffst du das noch? Ach, du bist da gerade gar nicht drin. Das schafft er. Wenn die Dinger mal hier kaputt gehen wollen. Vollstes Vertrauen in dich. Schmeißt den Jalapeno weiter weg. Die rennen dann da hin. Wenn ihr eine habt. Oder so. Komm, gegen zwei muss der sterben, oder? Ja, die werden abgelenkt von den Dingern. Oh, cool. Perfekt. Ja, ich glaube nicht, dass unser Garten die Börsewelle aushält. Könnte ein bisschen knapp werden. Ach, was. Ach, was. Das läuft schon alles. Ja, irgendwie haben wir den einen Topf die ganze Zeit vergessen, habe ich den Eindruck. Welchen denn? Den hier ganz vorne, an dem ich letztes Mal gestorben bin. Ach, nö. Ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Yay, Gargandula. Und ein Yeti. Na, super. Das versteht witzig zu werden. Alle drei erwischt was. Ich will den Garten heilen. Ich will den Garten heilen. Gargandula kommt durch die Mitte. Okay. Boah, und ich bin schon wieder tot, ey. Aber Gargandula weiß auch nicht, ob er nach vorne oder nach hinten laufen soll. Kann mir jemand helfen? Du bist ja. Ah, Artie ist schon dran. Oh, oh. Aber der ist selber gleich tot. Oh. Okay, warte. Ich mach wieder... Selbst... Oh, ich kann keine mehr. Ah, ich hab keine mehr. Verdammt. Nein. Oh Gott, oh Gott. Bleibt am Leben. Bleibt am Leben. Ja. Oh. Ja, danke. Uh. Jetzt bin ich weg. Okay, okay. Oh, hab dich. Boah, das ist eine Elektro-Gandula, oder wat? Ja, der schießt halt mit dem Masten. Oh, ist das übel. Okay. Oh, so. Wow. Ich war's direkt am Garten. Komm weg da, weg da, weg da, weg da, du Mie. Was war'n da? Boah, ich... Der hat da gerade wieder in die Richtung geschossen, wo wir da fahren. Ich hab' gar nicht registriert gerade. Oh, troll lässt du ihn hinterher. Wow, 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 wow. Was schießt der denn hier? So, ja. Beide. Uee. Zuerst ist weg. Sehr schön. Jetzt gehen wir den anderen ja auch noch hin. Ich geh' nicht zu nah an den Reis. Ja, ich bin grad, ich hab's grad gemerkt, dass er direkt vor mir ist. Der Yeti läuft da hinten so ein bisschen im Kreis, das ist ganz cool. Nein, 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 geh weg! Oh oh, shit, ich bin tot. Ganz nah in der Nähe vom Garten. Oh, der Yeti. Direkt beim Yeti, genau. Oh Gott, überlebst, 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 nein, Arti, ach du Scheiße, Arti, hat irgendjemand noch wieder Überlebung? Ich hab keine mehr. Okay, wir haben gut angefangen. Das ist wieder die selbe Wette wie letztes Mal, ne? Jaja, dann müssen wir jetzt, wer hat denn da jetzt grad schon so ein Pärbo-Bombo geschmissen? Ja, ich wollte sprinten. Oh. Hast du gut gemacht. Ja. Boah, ich bin zu blöd, hier hoch zu rüpfen, ey. Oh, hochzwelle, ey. Haben wir alles gepflanzt. Okay, okay, sieht gut aus. Nicht, dass man irgendwo Pflänzchen übersieht, die können uns, uns Leben retten, ja? Ja, ganz schön, da kommt durch die Mitte. Wieder. Wo ist die Heilblume? Hier. Ach, du meinst gar nicht mich. Äh, ich bin davon ausgegangen, dass du noch unterwegs bist, irgendwo. Wo? Jetzt. Boah. Okay, warte, ab dich. Und dann schnell weg, wenn du das hast. Und zu mir! Zu mir! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hat keiner von euch mehr eine Wiederbelebung? Nee, nee. Was ist das frustrieren? Wir sind so weit gekommen, wir müssen das jetzt noch machen. Dein Garten wurde zerstört. Aber immer in der letzten Welle, ey. Das kann doch nicht sein. Echt nicht. Die ist aber auch hart. Das ist sie, aber trotzdem. Da sehen wir wieder schon echt die Bambuswurm aus hier. Nee, ich hab noch welche, gell? Ja. Dann lass mich ruhig hier noch ein paar setzen. Hier den, den Topf hier vorne. Den haben wir ja gleich echt immer übersehen. Boah, ich könnte es wieder schon wieder zu blöd bringen, hier hochzuhöpfen. Ja, abgestürzt. Der kommt von links. Oh, das ist er ja schon. Ja, ja. Ganz in der Nähe. Jetzt aus der Mitte. Ich versuche ein bisschen abzudenken, dass er auf mich geht. Ich halte dich mal. Noch bleibt er schön vorne. Das ist ganz gut. Ja. Wenn man ein bisschen Abstand halten kann, geht's. Auch wenn dieser Elektroschaden halt echt übel ist. Oh, oh. Vielleicht ist meine Carapagno wieder fertig dann. Ich hab da eine reingebraten. Äh, wenn ihr eine habt, die ein bisschen länger braucht, schmeißt sie wie gesagt ruhig ein bisschen weg. Scheiße. Seid mal weg. Wie jetzt? Was auch immer das gerade gewesen ist. Ja, was auch immer das auch war. Akuali, du musst runterkommen. Das bist du da oben. Wo seid ihr denn? Unten direkt am Garten. Keine Ahnung. Meiner Leiche hat's durch hierhin geschmissen. Boah, scheiße. Ihr seid direkt bei dem Leganto. Oh. Ah, ne. Keine Chance. Okay, einen Versuch haben wir noch. Zwischen der ganzen anderen Versuch. Keine Chance. Ah, Mann, wir waren so gut. Das kann doch nicht sein, wir werden das jetzt machen. Ey, der ist aber auch bösartig. Hä? Haben wir doch kein mehr. Scheiße. Wir haben doch nur zwei gemacht. Oder? Hast du mich jetzt verzählt? Nee, eigentlich nur zwei. Ja, war mir auch so. Ein ich, ein du, ne? Ja. Hm. Beschiss. Da hab ich irgendwie auf was Falsches geklickt gerade. Eigentlich wollte ich ja nochmal machen, aber. Hm. Naja, gut. Schrechheit. Also würde ich sagen, alle guten Dinge sind vier und wir machen es beim nächsten Mal. Jo. Ich auch. Mit einer neuen Map. Mit einer neuen Map. Die Map ist schuld. Mit der es noch besser funktioniert. Die Map ist schuld. Eindeutig. Das habt ihr alle gesehen. Ja. 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 Es war auch ein Spiele-Bug. Ja. Ein Spiele-Bug und die Map ist schuld. Und dass du das nächste Mal machen wirst. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja. 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 Ja.